Ja, wir hatten heute in der Ratssitzung eine Anfrage zum Thema Energiepolitik. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema für die Stadt Düsseldorf. Nicht nur, weil wir hier ein ganz modernes Kraftwerk mit den Stadtwerken bauen, sondern natürlich auch aufgrund unserer Klimaschutzziele. Und wir waren doch verwundert, dass es jetzt so ist, dass der Oberbürgermeister mit dem OB aus Köln und vor allem der Industrie- und Handelskammer da alleine tätig sein will und die Auffassung der Region dann an die Bundesregierung schickt. Wir meinen, das ist eine originäre Aufgabe des Rates und seiner Gremien. Wir sind ja hier die gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Und wir möchten hier die energiepolitischen Ziele natürlich der Stadt Düsseldorf auch beschließen. Der Oberbürgermeister konnte diese Bedenken auch nicht wirklich ausräumen. Es gibt zwar Gremien, die sich hiermit befassen, aber das sind alles nur Anhörungsgremien. Also wir werden da weiter am Ball bleiben. Und wir möchten hier eine grüne, innovative und klimafreundliche Energiepolitik.